Ich schlag mal kurz aus. Ja, mach mal. Bleib genau so stehen. Ich hoffe das funktioniert. Oh oh. Juhuuu. So löst mein Problem. Jetzt können wir jetzt erst dann das Meer, das jetzt da in der Karte eingetragen ist. Vielleicht ist das das Meer, wo wir drauf sind. Er weiß, er weiß. Das machen wir auf die Hoffnung zu machen. Es wird wieder ein Meer kommen. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Aber Leute, wir teilen Brüder dich, ja? Okay. Ich hab ja schon Sattel, deshalb wenn jetzt nur ein Sattel da ist, dann okay. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Sattel gibt. Ja, manchmal gibt es aber Sattel. Okay, ist das nur eine Kiste, wo so zwei, drei Sachen sind. So Standard Sachen. So Brot, ein Silber und sowas. Guck mal, Wölfe. Tötet sie. Werden sie mich mögen? Oh, oh. Du? Arschloch. Tötet euch. Tötet euch. Jawohl. Die XP bekommen. Guter Hund. Die Richtung? Immer noch besten? Okay. Ja. 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 Ich hab auch was dazu getan. Ja. Deswegen kriegst du auch was zum Schatz ab. Aber mach ja nicht. Ja. Ich muss nicht unbedingt, weil das ist jetzt hier. Ich hab ja nix wirklich dran. Nein. Du kämpfst trotzdem mit. Ich dokumentiere das nur. Ja. Dann beteiligen wir dich aber an den Einnahmen von unserem Film. Ja. Könnt ihr kurz so ein bisschen. Tschüss. 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 Wir warten. Wir warten. Ach, immer so ein Nahmarsch. Kann ich nochmal die Karte haben? Chris. 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 Danke. Boah. Ja, ich glaub wir sind wirklich bald dran. Ah, super. Ah, ich glaub die anderen Punkte sind dann andere Spieler. Die zuletzt die Karte hatten. Ja, genau. Und weil die Spieler dann die Karte nicht mehr haben, wird ihre Position nicht geupdatet. Das heißt Mario, der die Karte länger nicht mehr hatte, ist jetzt noch oben rechts in der Ecke. Ja, trotzdem. Mensch Mario. Wir sollen sie ausprobieren? Ja, bei mir sind nämlich jetzt zwei Dickelpunkte rechts am Rand. Ah ja, okay. Ja, geh mal her, wir können sie ausprobieren. Okay. Ja, ist so. Ich hab die selben Fähigkeiten wie dieser Hund, aber zu teleportieren. Ja, der Hund, der wird uns jetzt in den Arsch retten, ich sag's euch. Das ist ein treuer Gefährte. Der ist da, wenn wir den Film brauchen. Riesenpilze, 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 Riesenpilze. Was? Was ist das? Wisst ihr, was ich sehe? Was ist das? Äh. Na, wer will die Karte haben? Wer will die Karte haben? Ich 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 ich. Ich will nie, ich will. Ich bring Mario dafür um. Alter. das ist nur noch diese eine fluss was zum fick kann da monster drunter sein klar sind da monster drin das ist ein solcher fest durch das tempel oder so es ist auch den eingang finden zweifelzahlen machen wir uns ein ja wir suchen nach dem eingang macht das vernünftig ja und dann gehen wir aber gemeinsam anklopfen aber in so einem ding war ich noch nie drin ich bin es auch nur im creative mode ok die ganze sehr hübsch generiert worden ich bin sicher drin so komisch ok ich habe den eingang gefunden das ist kein dörfer wo noch ich habe es noch reich der wer so dass denn hier war schon jemand also wenn hier schon ich habe immer bekommen und okay sind die alle lernen das ist eine enttäuschung ich glaube diesen lagerräumen sind die immer lehrer okay alle teil mit hohe da ist wenn jemand eine diamant schacke also nach oben hat den konstruiert ja wo seid ihr hin hier glaube ich bis zum ende durch ja ich glaube den enden laufen zum ende durch das heißt mitgenommen doch immer durch wieder hoch okay so die gefängniszelle vor allem ja 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 schon der gewandt was ist der ok die habe ich ja was war ich dachte also die schallplatte habt ihr alle schon ja ich gebe die gleich zwei mitgenommen weil wir treffen aber auch junge hast du mich erschreckt mit dem creeper was dagegen wenn ich hier so er hat mich an auch hatte dich an hast du ihn angegriffen jetzt wird auch nicht weiter ich habe ich habe ich habe schlechten schaden gemacht sorry dass er wieder sitzt jetzt woher weiß dass wir hier der verletzt sich nur erwartet man hat man hat man hat man hat das bildschirr natürlich das tut ich werde ich zulassen dass er nicht verletzt können wir es machen und ich will auch nicht kommen und ich wollte ratten schallplatte geben ja dann ist sowieso irgendwie nicht für die loot oder war doch noch nicht alles ich will noch ja ne es geht noch nach oben ja aber ich hoffe hier unten gibt es noch was nur auf jeden Fall die ganzen Trichter mit bei hallo ich will nach oben hier gibt es Trichter also diese Kessel meine ich die Kiste Kessel Kessel was willst du mit denen ich bin nach oben in der Bibliothek aber wo bist du auch Stefan wer ist bei Mario warte doch nicht was habt ihr eigentlich zu Bücher abbauen und so ja von mir aus also es wäre sehr sehr sinnvoll meiner Meinung nach ich habe es noch keine Axt er war auf mich warten oder mit dem Inventarplatz knapp Treppe hoch rechts rum und dann links rechts da war rechts also rechts rum dann links rum Alter so viel geht es zum Haupteingang überhaupt nicht rechts rum und links rum Haupteingang dann einmal die Treppe hoch dann rechts rum dann die zweite Treppe hoch nein links rum wenn man die Treppe oben ist dann links rum nicht rechts rum hast du vielleicht noch eine Axt ich habe tatsächlich noch eine Axt ich habe tatsächlich noch eine Axt bei der Treppe links rum ich habe so eine verzauberte Axt übrigens Stefan ja ich habe deine Pfeile noch oh ja gib die mir mal bitte ja danke so deine Axt ist jetzt weg der Typ rechts rum obwohl links rum war ich habe schon ich habe schon ich habe schon ich bin sehr effizient mit der Hand ja auf jeden Fall ja gut so ich habe jetzt 1 2 3 4 5 6 7 Stacks Bücher ich habe auch immer Betten im ich weiß ich weiß ich weiß ja ich habe eine Kiste da bin ich ein bisschen enttäuscht von irgendwie ne da war es da war es da ist oh und ein golden apfel ich habe schon ich habe schon das sind zwei Namen schilder ja das ist weg hast du es genommen so theoretisch ja theoretisch habe ich es genommen obwohl du das Schild erstmal wegen Inventarplatz hier ist ein Boss Mob hier ist ein Boss Mob wie ein Boss Vorsicht Creeper Chris okay schillte sie oh du scheiße oh sorry sorry Stefan sorry Stefan oh fuck ich bin fast tot sorry das war nicht meine Absicht oh aber ich habe etwas gefunden slime oder ich habe es äh nimm das Wasser mit Stefan ne Wasser dein Wasser ist noch da ok was hast du da gefunden slime oder was hast du habe ich gerade in der Hand das totem of undying was macht das wenn wir das hält während man stirbt dann wird man wieder beliebt alter oh hier ist doch so ein Boss Mob Leute hier ist noch einer der droppt das wo bist du in dem Raum an dem ihr vorbeigelaufen seid alter die machen echt fett schaden oh mich ist wieder da oh oh das ist zwei zwei Hilfe ach du scheiße du bist mir jetzt gerade in den Schuss reingelaufen das kann ich dafür kann ich jetzt nicht ok die machen echt Fett Charme hey Michi hey hallo du hast echt was geiles verpasst wir nehmen gerade eine Woodland Mansion aus was nimmt hier auf? ist das tot? wir haben so eine Schatzkarte von einem Dorfbewohner bekommen und hier sind jetzt überall so wir sind jetzt zu einer Art Tempel oder so haben sie sich wieder getötet also ich habe jetzt auch diese Toten und Scherbigkeit also man muss das in der Hand halten ja in der Hand oder in der aufhälten ach ja in der anderen Hand ja da bist du umsiebbar ansonsten zählt das nicht ne jetzt noch einer ja den Krack trägt dann Mario ne ja ach du scheiße Hilfe aber das kann man nur einmal benutzen Hilfe ja das geht damit Leute beschützt mich ok Mario ja hier 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 Vorsicht was zum Fick also Mario wenn du dieses Totem in der Hand hält bist du unbesiegbar ok haben wir jetzt drei Stück oder? ja eines für jeden so hier gehts nochmal die Tür weiter hoch oh die sind so ein Geist seid ihr schon oben? ja hier fehlt irgendwie was oh ja ja hier ist nix ne? ja doch hier ist auch so ein Ding aber was ist da oben? oben auch was? ne das ist doch so ein Vinnager Ding als Pixel Art aber ähm aber warum haben die den Raum da oben wenn denn da nix drin ist? keine Ahnung ist halt zufällig generiert ne so ich dachte vielleicht der ist irgendwie bin auch untergefallen bin auch untergefallen das wird rätsel aber wir haben oben noch nicht alles durchsucht bin auch untergefallen entschuldigung ja teils leitet ist doch was oder? ja genau das lässt euch sagen ich weiß gar nicht auf deine Aussage gezogen Mario unten sowieso noch da unten auch noch was? ja und hab auch nicht noch nicht alles erforscht oder? ich weiß es nicht hier ist auch noch ne ne hier Katsch ich ff dann schon durch ne äh genau jetzt hier die andere Seite jetzt rechts dann will ich nämlich zuerst umgekehr weil du sagtest nämlich rechts und dachte du meinst das hier das ist auch noch mit dem Spiel also klein jetzt doch mal so ein boss mob ähm auch kein Problem hey hier ist ein Eisenbahnraum da unten haben wir noch einen Eisenbahnraum vergessen ein Eisenbahnraum also so Eisen oh Gott nein nein ich bin runtergefahren Vorsicht hat er hier unten ist ja noch voll viel ja ja wo bist du runtergefallen? bei der Bibliothek, also das ist die Mini-Bibliothek wow ok hier oben ist alles fertig erforscht ok da kommt zu uns die ersten, äh wo die Bücher waren Stefan, da bin ich runtergefallen ja da sind wir gerade dran das ist die Geister ja komm 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 Alter ich muss gerne erstmal wieder heilen warte aber auch mal keine Schlag 1 Buch hier ist ein Schlag 1 Buch Leute da oben sind die Gleise, die würde ich gerne mitnehmen ja die Gleise würde ich auch gewinnen ähm äh ich hab die Gleise gleich da ich hab kein Spruch nämlich mit äh guck mal hier ist es sogar so und so und äh Wasserraum ein was hier ist nach draußen hier ist nach draußen ne ich dachte wir werden es ist ein kleiner Minisee ich hab hier ne Kiste äh gelootet hier wird keine einzige Kiste gesehen hier ist redstone ja ich glaub das war's das vom von der Milch ja hier hier Chris wo bist du? wie? wo bist du? äh hier ist noch äh ich sehe gerade wir sind 5488 Meter weit entfernt ähm Chris doch die können ziemlich weit weg sein wo seid ihr? wieder zum Raubdenken wie macht man sich einen Marker? ähm wie? ok ok ich hab eben keine Marke gesetzt oder wo wir waren rechts rum grüßen na na rechts rum wie sie sind er ist er ist nissing schulder wo man gerade die Sachen an ihr noch irgendwas liegt ob ihr noch irgendwas vergessen habt so Chris und das ist was ich meinte du gehst die treppe hoch rechts rum das ist die ganze treppe dann links rum das ist die ganze treppe das ist eine ganze treppe dann das ist eine ganze treppe natürlich geh ich dann was soll ich hier machen? höh grad ausgehen die spawnen so ähm wenn man sagt die treppe hoch dann macht man die ganze treppe nicht die halbe treppe ähm ja Dann jetzt wieder gehen. Wie hast du das hier genannt? Woodland Mansion Das heißt, ich muss das einfach nur so in der Hand halten und mir passiert nichts mehr. Ja. Doch, du stirbst. Wollen wir das ausprobieren? Ne, lass mal. Ich hab ja sogar zwei von denen. Ja, dann kommen wir jetzt wieder zurück, ne? Ja, mein Eventar ist voll. Naja, ich habe... Was habe ich hier im Tolles mitbekommen? Das Totem of Undying, 17 Rails, 61 Bücher und eine Schallplatte. So, ansonsten ist der Rest Müll. Was du dir so bekommen? Ey, Witz, ich hab noch eine zweite Daimon mitnehmen können, aber ich hab nur eine genommen. Es gab zwei davon? Ja, ich hab da woanders eine zweite von, aber die kann ich nicht mehr mitnehmen. Das war sehr nett. Willst du dir eine Daimon ab? Ja. Ich geh nochmal zurück. Komm, hol sie. Ja, hol sie. Ja, du bist schon längst weggegangen, ne? Bist du abgehauen? War die oben oder unten? Ich will noch ein bisschen was Biom hier erkunden. Vielleicht ist sie ja zufälligerweise noch eine Menschen direkt nebenan. War die oben oder unten? Äh, die ist unten. Warte, ich zeig's dir. Mario, komm komm her, komm her, komm her. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht zum Cockpit. Ich pisste auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Äh, ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Klar. Tankverbot ist am Start. Zawon. Zawon. Oh, mein Gott.